Es gibt so ne Seite da im Web, die nennt sich zum SuperZO, Erde ist die Domain und mir fällt kein Dreimal von wirklich lustig zu verstörenden Sachen, das heißt man kann kruseln, das heißt man kann sich kruseln, aber auch lachen. Ich glaube ich muss jetzt einen Sauerkirschesaft trinken. Was ist das? Was ist das, wenn ich es wiederhole, macht es nur noch weniger Sinn, aber okay. Dieses Lied ist es halt, es war schon so vor zehn Jahren gerade was gekannt, aber ich bin dieser Stickman ist ja nicht. Vor allem der Gesichtsausdruck. Oh, OMGT-Docs, geile Seite. Die Seite, du müsstest einmal eingeben, OMFG-Docs ist zusammengeschrieben, .com glaube ich. Und dann seht ihr nur das, in Dauerschleife. Einer meiner Lieblings-Lab-Seiten, überhaupt. Ist toll. Ist das auch ein Kupfer? Ist das auch ein Kupfer? Ist das auch ein Kupfer? Okay. Nichts schnell wieder Brainwashing! Meine Freundin und ich beim Party machen. Hahaha. Wir fangen in der Messe. Oh, OMGT. Das ist Big Bang Theory, oder? Ich glaube schon. Ich kenne mich da nicht so aus. Und dann wieder bündeái Ja, nur gleich wieder raus in der anderen Abfläche. Mhm. Okay. Etc. 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 Es gibt noch einen! Es gibt noch einen! Der Bär da hinten, der Tiger, was macht denn die anderen noch? Ich hab aber echt alle geile Kostüme! Und das Grinsen ist von dem Hai so geil! Oder vom Krokodil! Und die Musik auch! Ist das nicht einer aus Sonic? Boah, das tut ihnen auch weh! F**k! Tom und Cherry? Ist das Tom und andere Katze? Das kommt durch unten raus oder irgendwie sowas, bestimmt! Nee, okay, dann nicht! Okay! Warst du lustig? Erzähl mir den Witz auch! Ich möchte auch lachen! Hm! Oh nice! So eine Sprungfeder, die über so ein Band nach oben läuft, dann kriegt die immer um! Das ist echt cool! Das könnte man echt ewig anschauen! Das ist geil! Dann denken sie schlagen sich aber nein! Dann gibt's sich ganz nett die Hand! So muss das sein! Okay, ich glaub das Lied gibt's häufiger! Warum ist das Bild so weit nach außen? Und wieso sieht er da so breit aus? Ah, das war... Ah! Ah! Substep-Katze, oder was? Da bring ich mir lieber Substep-Intro von GLP an! ... Manciel Dreyer